Eine Zeichnung Adolf Hengeler hat ihr keinen Titel gegeben. Auch den beiden Öl-Gemelden nicht, die im Allgäuer Auktionshaus gleich daneben hängen. Auktionator Thomas Kühling freut sich auf die Versteigerung der Bilder. Neben den Hengeler-Werken stehen über 2.900 weitere Artikel zur Versteigerung, darunter auch religiöse Kunstwerke. Ein Großteil dieser Objekte, die wir hier sehen, stammen aus dem Schloss Bullachberg, ehemals im Besitz der Familie Thun und Taxis. Dort wurde auch unter anderem eine ganze Kapelle aufgelöst, wo hier die Objekte nun zur Versteigerung kommen. Und ein besonderes Objekt oder zwei besondere Objekte sind die beiden Assistenzfiguren, die wir hier sehen. Beide aus dem 18. Jahrhundert, wohl eine Allgäuer Schnitzarbeit aus der Zeit. Möbel, Figuren, Kerzenständer. In den Räumen des Auktionshauses findet sich fast alles. Hinter einigen der Stücke steckt eine lange Geschichte. Wir stehen hier vor einem Gemälde des Malers Erich Merker. Dieser hat bis 1953 auch einige Jahre in Kempten gelebt und gearbeitet. Ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte vom inzwischen verstorbenen Eigentümer, aus dessen Nachlass das Bild kommt, gehört. Er kann sich noch erinnern, wie er als kleiner Junge zusammen mit seinem Vater im Atelier des Künstlers Erich Merker war und an der Entstehung dieses Bildes gearbeitet hat. Und auch seit dieser Zeit war dieses Gemälde immer im Besitz dieser Kemptner Familie und war also nie auf Ausstellungen oder im Handel zu sehen. Anfang der 50er Jahre muss das gewesen sein. Neben solchen Einzelstücken hat die Auktion diesen Monat eine große Besonderheit zu bieten. Diese Auktion steht ganz im Zeichen eines großen Nachlasses an asiatischen und afrikanischen Objekten. Der Herr hat über Jahrzehnte Sachen zusammengetragen aus den Ländern und es ist nun ein Umfang von insgesamt über 500 Positionen aus diesen Bereichen der Kunst. Darunter findet sich Stammeskunst aus Mali, dem Kongo oder Nigeria. Aber auch Darstellungen asiatischer Gottheiten aus Bronze oder Holz sind dabei. Vom 11. bis zum 13. Juli finden die Versteigerungen im Allgäuer Auktionshaus statt. Bis dahin können Interessierte sich täglich die Sammlung ansehen und sich ihr persönliches Lieblingsstück aussuchen.